hey leute da bin ich wieder so war gerade im global cool am schreiben alle so ja hier eh faker eh faker achso nebenbei dann seht ihr das mal gerade mr dünner sagt eben auch hier aber ich glaube da sieht man es halt mal dass ich mal wirklich der richtige sind es wirklich also nur mal so habt ihr das wirklich öfter die situation dass einer sagt ja hier ich bin der gusor weil ganz ehrlich ich meine spätestens also klar die base kann man nachbauen man kann auch eventuell vielleicht vom stand her so ähnlich sein wie ich klar kein thema aber spätestens beim level das passt das kannst du nicht einfach so mal faken also von daher spätestens beim level sage ich mir dann gut okay das wird ein bisschen schwierig gucken wir mal was hier geht weil ich habe wieder die hocks nicht dabei ich habe es leider verpennt bin schlecht aber was soll man dazu sagen aber ich merke gerade dass die ein ganz schön großer bestandteil der ganzen geschichte sind weil jetzt brauche ich ja jetzt jetzt bringen mir die golems ja nicht wirklich viel nee dass das bringt mir nichts dann muss ich wirklich noch mal welche raushauen ja kommt hier egal wer jetzt mich hier komm ich nehme hier einfach mal an und ich ich wer will loons gucken wir mal ob überhaupt einer reinkommt 22 dann müsst ihr eigentlich das sollte ja passen ich hau mal kurz den pause button rein so jetzt habe ich da ein paar loons bin ich losgeworden weil wie gesagt alles andere ich meine ich brauche nicht irgendwie zwei golems haben und dann wiederum mit dem rest lufttruppen angreifen das bringt meiner meinung nach herzlich wenig die kommen auch nicht so weit rein der wäre schon ganz nett ganz ehrlich hier hat er sogar eine luftabwehr im bau dann würde ich ihnen die hier noch gerne killen und kriege ich die mit ich habe nur vier schweinchen bei ich habe nur vier schweinchen bei ich würde mal sagen ich gehe hier unten rein hauen wir die golems mal rein und ich droppe jetzt einfach die schweine hinterher egal ich meine ich klar war war das jetzt da war eh keine wand von daher wäre das nicht weiter wild gewesen aber ich probiere das einfach mal so so und jetzt machen wir nur eine ach so man sollte natürlich die laba wie ich es im klaren krieg echt ich saß da habe echt im klaren krieg diese blöden laba hunde vergessen wo ich echt dachte das gibt's doch nicht das passiert keinem und mir passiert sowas Und jetzt wieder hier aufwählen sonst sitze ich da laba hunde gehen noch ja ich habe auch noch relativ viel dev hier was ich killen müsste und das ist also noch nicht so das endprodukt auf keinen fall aber ein paar mehr hocks denke ich und dann sollte das auch passen das war das war noch null das war ganz klar null da bleibe ich auf jeden fall dran bei der variante bleibe ich dran und wie gesagt wen wen interessiert es denn wenn das jetzt mit denen mit den anfragen es kommen mega viele anfragen also ich bin ja jetzt gerade offiziell dabei beziehungsweise online und es kommen halt wirklich ich habe jetzt 60 anfragen drauf und wirklich ich gucke bis bis ich das sowieso auf der reihe krieg spiele ich habe jetzt mach den den cw nicht mit dann der king schläft eh gerade von daher passt das ich setze mich mit der taktik hin probiere die schau was ich da machen kann und dann einwandfrei und dann ich sag mal vielleicht kriege ich es hin bis donnerstag die richtig gut los zu hauen und dann kann man sich hoffentlich mal ein paar angriffe angucken das ist einfach ja das ist was neues ja wie gesagt loot brauchen wir nicht überreden das ist was neues da habe ich bock drauf das macht spaß so viel dazu gucken wir mal hier ja ja passt schon ja so sieht es aus ihr seid alle cool so ja loons ich probiere es mal mit 6 von jedem dass man immer so eine zahl so ein bisschen im kopf hat 6 von jedem was baue ich hier noch ich baue achso ich hatte noch ein paar schweine ok ich brauche noch mehr schweine aber dann wird es mit dem lava und wieder eng aber egal boost ist zwar nur eine stunde aber ich denke mal ich werde nicht mehr weiter machen gefällt mir aber richtig gut das gefällt mir gut so dann werde ich jetzt wieder hier raus gehen und mich dann später einladen das seht ihr dann die tage je nachdem wie das passt ich wünsche euch was jahr rein macht's gut ciao ciao bis zum nächsten Mal